Begleite mich ein Stück dieser Teil von meinem Totenherz Ich hatte direkt diese Lage, alles ohne Gegenwehr Wenn ich eins nicht verloren hab, dann ist es diese Kälte Keine Therapie hilft, unser Arme dienen Stelz Ich will zurück, was mal war, doch es wird nicht mehr so sein Und es tut mir leid, dass ich diese Zeilen an dich schreib Zwischen uns den Gleis, mir fehlt die nötige Wärme Gehe raus in die Nacht, verdammt und warte, bis ich sterbe Seh ich aus, als sei ich glücklich, fuck you, ich erzähl dir was Meine Welt, wie ich sie lebe, sie ist für euch viel zu krass Für Menschen mit einem Herz, es ist in diesem Spiel kein Platz Du willst raus aus dem Dreck und ich such den Eingang Auch wenn es falsch ist, ja, ich tu es für mein Glück Nehme mir mein Leben, denn ich finde nichts zurück Geh mir aus dem Weg, ich will nicht deine Liebe fühlen Gefangen in dem, was wir leben nennen, ich bin lebensmüde Keine Freundschaft ist einfach nur Zufall, nein Wir sind alles Kunstwerke, gezeichnet vom Leben Leben bedeutet schwer Angst verhindert nicht den Tod, nein, er verhindert das Leben Komm ich mach den Wurken auf, das hält doch hier sonst keiner aus Freundschaft ist wie Magie, die gute Zeiten noch besser macht Und die schlechten Vergessene Aszen sind Menschen, die dir nicht den Weg zeigen, sondern einfach mit dir gehen Wenn du einem Mensch voll und ganz vertraust, bekommst du entweder einen Freund fürs Leben Oder eine Lektion Filmer Filmer Höre, sie beten doch niemand, der ihre Gebete hört Selber hab ich ja schon lange aufgegeben, denn niemand ist dort, der mich oben erhört Wo ist Gott, wenn man ihn wirklich mal braucht? Er lässt sich im Stich, so wie der Rest auch Ein lauter Schrei im Kinderzimmer, das Monster erwachte Seitdem keine Angst mehr ändert du gleich, seitdem ich in dieser Nacht erstarrte Ich wurde selber zu dem Monster, als ich erwachte Ewige Finsternisse, in dieser bin ich gefangen Ein Gefängnis, aus Fleisch und Knochen, womit hab ich das verdient? Weshalb wurde ich wieder geboren? Ich war freie Materie im Universum in Form von Energie, weshalb wurde ich zurückgeworfen? In eine Hülle geformt, nur für eine Spezies Sie nennen sich Mensch und ich bin hier gefangen auf Lebenslänglich Und der Teufel blickt auf mich herab, denn wir haben einen Pakt Ich wurde vom Teufel persönlich gesandt Gesandt, 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 gesandt Bis zum nächsten Mal.